Es gibt so viele Spiele, die ähnlich sind wie Exit 8. Die sind echt aus dem Boden gesprossen wie Unkraut. Und hier haben wir jetzt die Interpretation von Chillers Art. Ich habe noch nie ein Spiel von denen gespielt, sondern immer nur geguckt bei anderen. Stimmt, ja. Bekannter Name im Horror-Game-Genre, aber machen halt nur Einzelspieler-Spiele, weswegen wir die auf unserem Kanal bisher auch noch nicht vertreten hatten. Aber das soll sich heute ändern. Das Spiel heißt irgendwie Schimpansen oder sowas. Schinkansen. Null. Headjob. Äh, Headbob. Headbob lassen wir aus. Wer fängt an? Ich fange an und wir wechseln und ich scheitere. Also wir sind diesmal im Flugzeug. Flugzeug oder Tram? Also Bahn. Ist es überhaupt ein Flugzeug oder ist es eine Bahn oder sowas? Ich dachte eher eine Bahn. Achso. Nee, und da ist auch nichts zum Anschnallen. Im Flugzeug muss man sich anschnallen. Okay. Ich glaube, das ist eine Bahn. Da schläft einer. Nee. Nee, der hat die Augen auf. Nee. Ja. Auf Geschäftsreise. Okay. So viele Sitzreihen. Links sind immer drei, ne? Drei Sitz und rechts sind zwei. Und wir tragen Anzug und Krawatte. Und da oben sind die Nummern. Oh, die Reihen haben Nummern. Ja, stimmt. Und da sind noch welche. Hi. Mutter und Sohn. Kann man sich ducken? Nee. Aber nicht. Der guckt dann direkt in die Seele. Guck mal. Junge, guck mich direkt an. Ja. Darf er auch. Ist okay. Der ist neugierig. Ist cool. Gut. Keine Anomalie in diesem Bereich. Ach, die meinen diesen kurzen Bereich. Bis es aufgeht. Woran sieht man, wie oft man das machen muss? Die Zahl auf dem Boden eben. Es steht immer noch eine 7, ne? Was soll hier schon groß anders sein? Hier gibt es ja nicht viel. Hier sieht alles gleich aus. Und es gibt nur diese beiden Passagiere. Der guckt nicht. Konnichiwa. Konnichiwa. Das heißt ja, hallo gesagt. Was ich hier mache? Ich weiß nicht genau. Wir sind uns schon wieder... Oh, er ist auch in der Zeitschleife gefangen. Was für ein Spiel. Oh, wie Meta. Okay. Was ist mit deiner Mutter los? Ist sie besoffen? Deine Schwester. Deine Schwester. Die schläft und die ist langweilig. Egal wie lange du wartest. Sie macht nicht auf. Okay. Ich spiele mit ihr. Ich spiele mit ihr. Nein. Nein. Die Regeln sind ganz einfach. Geht zurück, wenn... Ja gut, das... Ja, kenne ich aus Exit 8. Die Reiche war auch 0. Und die Tänke, die Bremsen im Führerraum. Okay. 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 Wir sehen uns später. Ah, jetzt geht es wohl erst richtig los, ne? Weiß nicht. Guck mal da oben. 0 nach... Tokio. Okay. Die Schimpansen 0 nach Tokio. So heißt der Zug also. Okay. Dann geht es jetzt wohl erst richtig los. Vielleicht. Zack. Okay. Das weiß ich nicht, wo man die Nummer sieht. Wahrscheinlich hier auf dem Boden. Das wird die Waggonnummer sein. Wie gesagt, 2 mal durch 7 gelaufen. Jetzt das dritte Mal. Und dann geht es erst richtig los. Was sind diese Punkte hier? Also man muss als nächstes quasi eine 6 draufstellen. Genau. Weil man 0 erreichen muss. Genau. Wenn wir bei einer 6 sind, wissen wir heute, dass wir was richtig gemacht haben. Der Junge ist weg. Aha. Ich würde mal gucken, ob ich ihn noch irgendwo hier sehe. Wenn nicht, gehe ich zurück. Ja, der Junge ist weg. Okay. Dann... Andersrum, ne? Hab ich jetzt gesagt. Der ist vielleicht nochmal kacken. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Anomalie. Diese Katze ist so süße. Ja. Mau. Okay. Wir proben, ob das jetzt funktioniert hat. 7. Immer noch. Immer noch. Dann bist du jetzt theoretisch. Aber wenn es keine Anomalie war, was sollte es dann, dass der Junge nicht mehr da war auf einmal. Naja. Vielleicht hat er auch einfach nur die Regeln erklärt und danach. Weil er gesagt hat, wir sehen uns später. Weil er auch das Spiel spielt und jetzt durchläuft. Dann ist es wohl normal, dass er jetzt nicht mehr da ist. Gut. Komisch. Ich sehe halt null Unterschied zu irgendwas. Ne, ich auch nicht. Wie geht das auch? Ja? Ich hab mal gekleckt. Ja, okay. 6. Gut. Ist voll schnell. Ist voll nicht so schnell. Ich weiß nicht. Oh. Die ganze Zeit links, rechts. Links, rechts ist ein bisschen anstrengend. Anstrengend. Zum Glück ist das Kopfgewackel ausgeschaltet. Der Headjob. Oh ja. Der Headjob. Was liegt da oben? Ein Koffer? Ist der die ganze Zeit schon da? Ich glaube nicht. Sicher? Nö. Ich dachte eher, die Schrift ist schneller, aber wir gucken jetzt mal. Die Schrift ist nicht schneller. Der Koffer liegt dann über den beiden. Wahrscheinlich ist der schon die ganze Zeit da. Ja. Sorry. Hä? Von hier sieht man den Koffer aber nicht. Doch. Doch. Da hin. Oh. Immer dieses rechts links gegucke. Nervt schon. Ich hör was. Pippi. Wasser. Das ist nicht. Doch. Oh. Es leckt. Wir sind eigentlich ein U-Boot. Sind wir ein U-Boot? Oh. 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 Es wird höher, oder? Oh. Oh. Ja. Es wird höher. Da wird das Stopp. Lustig. Okay. Man kann wohl auch sterben, den Spieler. Ja. Also die sind jetzt auf jeden Fall und er ist offen. Von wegen nicht gruselig. So ein bisschen Gänsehaut hat es mir jetzt schon gemacht, als es so laut wurde. Laute Geräusche halt, ne? Wie mit dem Gorilla, weißt du noch? Oh ja. Wie durch die Scheibe bricht. Ja, der Gorilla. Da hast du dich echt eingepipillt. Ja, aber das ist gewöhnlich, oder? Alles normal. Da müsste ich jetzt bei 5 sein, oder? Nein. Vielleicht wird hier irgendwann mal so ein Lappen. Oder auf die Spiegelung würde ich auch mal achten. Oder? Was? Was denn? Sind nicht diese zwei Punkte? Doch. Sind die neben Fenster? Nein. Nur rechts? Okay, ja. Das ist unnormal. Ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Mann, das Augen. Ich glaube, es sollten sowas wie Augen gewesen sein. Gut. Ja. Du bist wie der Rekordhalter. Ich hab jetzt ehrlich gesagt nichts gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich hoffe, ich hab bestimmt irgendwas übersehen. Hoffentlich nicht. Boah! Der steht. Die hinten sitzt immer noch. Geh doch nicht. Oh! Das war unangenehm. Ein bisschen unangenehm. Okay. Oh! Ich seh jetzt schon. Da ist Essen einfach. Ja. Überall. Wow! Das ist cool. Das ist echt cool. Killer-Essen. Essenszeit im Waggon. Nummer vier. Wann? Jetzt sind wir schon drei oder was? Zwei schon! Ah! Du! Läuft bei dir! Da ist irgendwie nichts auch. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich bin dran. Oh! Wir haben Lichtbild draußen. Cool! Ein Zug. Okay. Das erste war leicht. Ein Zug. Doch kein Urwort. Ich mag's. Guck mal, die Jalousien gehen runter. Oh ja! Mhm. Und zurück. 1,35. Ich komme nochmal zurück oben auf die Bänke. Ich komme nochmal zurück oben auf die Bänke. Oh ja! Ich komme nochmal zurück oben auf die Bänke. Schon wieder nichts. Nach Tokio. Hier ist keine Anomalie. Oh! Warte! Nach... Nach Tokio. Ja, okay, dann zurück. Hier ist keine Anomalie. Ist halt eine Anomalie, ne? Ja, dann zurück. Okay. Huhu! Oh, das ist eine Anomalie. Guck. Ja! 1. 1. 1. 1. Geil! Wollen sie echt auf die Schrift achten? Okay. Doch, das ist mir schon. Der Koffer... Ne, doch der ist da. Ah, schade! Das wäre auch zu leicht. Was? Oh, die gucken mich sogar an. Ja! Wir haben mich gerade ein bisschen erschreckt. Lustig. Gut gesehen. Die haben mich auch gesehen. 0. So, jetzt müssen wir nach vorne durchkommen zum Lokführer, soweit ich verstanden habe. Ja, und eine Bremse betätigen. Mhm. Ist die Schrift angerufen? Null nach Tokio. Schimpanse. Null nach Tokio. Schimpanse. Beschriftung geht runter. Ja. 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 Der Koffer ist da, ne? Ja. Ja. Schimpanse. Aber nach Tokio auch, ne? Doch, die gleiche Farbe gehen, oder? Na, aber wir müssen ja jetzt auch durchkommen. Wir brauchen ja jetzt auch einen Run, in dem nichts passiert. Damit wir nach vorne zum Lokführer kommen. Jetzt hätte ich fragen, wo ist der schon da ist. Na ja, gut. Kannst dich da auch nochmal umdrehen. Kannst nochmal nach hinten gucken. Aber... Ja, sieht so aus. Versuch ich's, ja? Versuch's. Oh Gott, oh bitte. Oh Gott, oh bitte. Oh Gott, oh bitte. Nein! Was war da falsch? Geht die Töne nicht immer zu? Die sind verkrumpelt. Das Menschen. Oh stimmt. Super, danke. Oh, wir haben wieder den Foodwagen. Oh, okay. Und... Hier ist alles so. ein bisschen... Chaotisch. Was macht die Frau? Chilis Art bauen doch immer die Leute ein, die sie supporten. Ja? Ja. Vielleicht sind das die Menschen, die da irgendwie was dazugeben und sowas, denen ihre Namen oder was weiß ich. Okay. Der Mann fehlt auch, glaube ich. Hab ich nicht gesehen. Scheint aber alles noch... Alles noch ganz okay zu sein. Hoho! Dammit! Du bist ein Arschloch. Wegen dem erschreckt und wegen dir erschreckt. Was hab ich denn gemacht? Entschuldigung. Wie der da saß, so getarnt. Meine Frätze. Wo sind wir eigentlich gerade? Bei welcher Nummer? Die Tasche sieht komisch aus. Ja. Sieht immer noch komisch aus. Das ist... ein Kerl. Huch! Stimmt! Zusammengekauerter Kerl. Okay. Hm. Lustiges Handgepäck. Ah! Das stimmt, weiß nicht. Was? Wo? Die Buchstaben. TH. Uh! Denkst du, die Sachen wiederholen sich auch? Naja, das von... mit dem Essen ist vergangen. Das... ist etwas... da... Oh! Oh Gott, du Scheiße! Oh Gott, du Scheiße! Oh Gott, du Scheiße! Wieso bist du tode erschreckt? Was war das denn? Ich weiß es nicht! Ich hab's zu kurz gesehen, nur. Das war irgendwie ein Kerl in einem pinken Overround oder so. Ich bin zu Schrecker für sowas. Null! 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 Nicht gemacht, ey! Null! Letzte Runde! Komm schon! Lass mich jetzt einfach durch. Mein Herz! Normal! Ist blöd, wenn es jetzt schon wieder normal ist und es falsch ist. Ja, find ich auch. Sehr blöd. Ja, aber was soll ich tun? Wenn nichts ist, dann ist nichts. Komm schon! Komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon! Irgendwas übersehen wir immer und immer wieder. Ist wahrscheinlich eine Sache, die sich schon wieder wiederholt hat. Ja. Oh! Verdammte Scheiße, ich mach das gar nicht! Nicht durch! Geschafft! Gut gemacht! Ah, wieder Fenster, ne? Backsteinwand. Gut. Dann machen wir Strecke gut. Ich hab eben gerade in der Sekunde, bevor das Licht ausgegangen ist, gedacht, wie komisch, dass es noch nicht einmal dunkel geworden ist. Es kam bis jetzt in jedem Spiel vorher. Ey, jetzt ist mal laut gesagt. Dass mit dem Kerl auch nichts passiert. Sitzreihe 16, merken wir uns mal. Oh! Okay. Wie die über Leute reinquetschen. Was ist los bei denen? Oh, warum ist dein Kopf so weit oben? Dachte ich mir gerade auch. Man hat doch immer nur so... Geh mal hin, das sieht nicht normal aus. Scheiße, ich weiß nicht, dass der aufsteht. Der guckt gerade aus, ja. Der sitzt aufrecht, ja. Okay. Ja, Mann. Die rollen. Ja, die schließen sich. Sehr gut. Oh, okay. Null, ne? So hell. Das ist richtig hell. Stimmt, weil rechts und links am Rand sind irgendwie noch Lichter an. Wir gehen zurück. Ja, wir gehen zurück. Come on, come on. Hä? Hä? Das war doch eben gerade super hell. Doch nicht. Das finde ich scheiße. Hä, was machst du jetzt? Hä, was machst du? Ich bin einfach so zurückgekommen. Ja, warum? Ich bin doch noch gar nicht durchgelaufen, oder? Nee. Aber es funktioniert anscheinend. Hä? Oh, Mann. Eben gerade, das war super hell. Ja, mir kam es auch übertrieben hell vor. Ja, war es auch. Vielleicht war dieses helle so, ja ihr habt es geschafft, du kannst durchlaufen. Vielleicht, ja. Ja. Wir müssen es nochmal machen, ey. Scheiße. Richtig scheiße. Da. Cool. Das haben sie noch nicht oft genug gemacht jetzt. Essen. Der Essenswagen. So, läuft. Jetzt geht's noch flott hier, schon bei der 4. Warum ist nichts mit dieser Katze? Warum ist nichts mit dieser Katze? Wenn du eine Dose siehst, renn um dein Leben. Ja. Dose. Dose. Renn. Fuck. Huh. Die wollte nur die Dose aufheben. Groß okay. Die macht dann aber zu furchtbar Angst damit. Sie wollte nur das Pant. Wir hocken jetzt schon fast eine Stunde hier. Sieben. Auf der rechten Seite. Ja, aber wir sind wieder bei sieben. Du bist dran. Was? Steht da jemand? Achso, nein. Das ist nur das Plakat dahin. Oder? Die ist doch 3... Bin ich dumm? Die ist 3D. Die ist 3D. Okay. Geh nicht hin. Geh nicht hin. Ja. Keine Anomalie. So. Jetzt geht's nochmal um die Wurst. Um die Anomalie Wurst? Ja. So. Da. Ja, die Augen. Okay, zurück. Jetzt sind wir aber noch nicht im Cockpit, ne? Weil wir rückwärts gehen. Der Fall. Ja, da geh einfach mal durch. Ja, sicher? Ja. Nicht, dass das jetzt eine Anomalie ist. Was? Haben Sie angehalten? Achtung! Schatz, ich weiß nicht. Da war ein Unfall. Wir werden eine Weile lang anhalten. Clear Blue Car. Hab ich jetzt die Bremse gezogen? Was hab ich jetzt getan? Du hast gewonnen! Ja. Geht es jetzt gerade wieder von vorne los? Ich habe mich jetzt vor dem Ende ein bisschen erschreckt. Ich war mir total unsicher, ob das jetzt so sein soll oder nicht. Ja schon, man hört mir dieses Getrappel. Ich gehe jetzt gerade noch mal rein. Huch! Hi! Was denn? Du bist super! Du bist super! Ich habe es geschafft! Wie war das? Wie war das? Ich dachte, hier ist schon der Führerraum. Es soll wohl ein Scherz sein. Die Green Cars. Quasi die erste Klasse. Willst du wissen, wie man jetzt zum Führerraum kommt? Durch die Green Cars. Vorhin habe ich hinter Waggon Null gesagt. Meinte ich Waggon Null bei den Green Cars. Das war ja so. Das war ja. Das war ja. Das war ja. Solltest du eine Anomalie bemerken, dann geh weiter. Wenn alles normal ist, geh wieder zurück. Wenn du drei Fehler machst, kommt der Geist dich holen. Gut, dass du jetzt dran bist. Ich drücke dir die Daumen. Krass! Okay. Also, wenn du jetzt was bemerkst, dann gerade... Es geht der Spiel in die nächste Ebene. Oha! Das sieht ja alles ganz anders aus. Oh, was ist jetzt los? Digga! Gucken wir mal. Wir passen wieder durch bei der. Wahrscheinlich machen wir ihr Platz. Die sieht ein bisschen komiser nicht aus. Gucken, ob du an ihr vorbei kannst. Ich passe auch neben mir vorbei. Was macht ihr jetzt? Dreht die um? Bleibt die da? Da gibt es auch wieder eine Anzeige. Bisschen düsterer ist es noch. Da sitzt eine. Okay, mit dem Laptop. Die Reihen sind komisch aufgelistet. Hä? Angeblich drei auf einer Seite. Aber... Hier sind nur zwei auf jeder Seite. Entweder die Schilder sind falsch oder der Raum ist falsch. Meinst du, das wäre fies eine Anomalie direkt beim ersten Mal? Vor allem, wenn wir dreimal scheitern... Oh, what the fuck? Scheiße, das ist... Das kann doch nicht normal sein, ey. Ich würde schon längst zurückgehen. Wenn wir dreimal scheitern, dann holt uns ein Geist. Jetzt ist es, der wartende Geist. Ein Typ, der... In seinem Koffer rummacht. Okay, ey, soll ich direkt schon zurückgehen? Was meinst du? Ich hätte ja gesagt. Wegen was? Wegen den Schildern. Weil die Schilder falsch sind. Und weil der Kerl... Aber da waren jetzt zwei, zwei. Der Kerl hier. Auf den Schildern vorne, oder? Nee. Nee. Wegen den Schildern, aber wegen dem Typen. Also zwei Sachen eigentlich. Ah, dann muss ich aber weitergehen. Bei einer Anomalie muss man hier weitergehen. Stimmt. Na ja. Gut, dann gehen wir einfach mal davon aus, dass es falsch war. Krass. Hä, was ist denn hier auf einmal los alles? Alles ist so anders. Sieben, okay. Dann war es wohl doch noch keine Anomalie. Das heißt, der Kerl mit den grünen Augen sitzt immer da. Das finde ich nicht so geil. Ja. So langsam. Guck mal. Du kannst aber rennen, oder? Das ist mein Rennen. Hä? Du bist langsamer. Guck mal bitte noch mal links ins Fenster. Hä? Guck mal. Wir versinken. Wir versinken. Schneller. Ich kann nicht schneller. Ja. Wie spät mir das erst aufgefallen ist jetzt. Krass. Nein, du musst ja weiter, wenn es eine Anomalie ist. Fuck. Nein. Scheiße. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin gerade verwirrt. Bei einer Anomalie dürfen wir nicht zurückgehen. Ja. Ich habe die Kamera über verrutscht. Scheiße. Oh. Ich bin dran vor. Der hat sich da gerade hingesetzt. Der komische Typ. Welche wird jetzt nicht geholt, ne? Ja, man darf ja auch dreimal Fehler machen. Wir haben jetzt erst zwei Fehler gemacht. Ja, weil es kurz schwarz wurde. Dann gehe ich jetzt zurück, ja? Weil? Alles normal ist, in Anführungszeichen. Sechs. Ja, das war okay. Ich glaube, er sitzt wieder da. Oh! Das ist doch nicht normal. War das vorher vorher? Nein, nein, nein. Der hatte vorher keine zwei Köpfe. Also musst du weitergehen. Weitergehen. Okay, okay, okay. Das saß doch gerade noch was. Wo? Nee. Okay. Paranoid. Die Paranoia geht los. Ja, oben auf dem Sitzdach. Huch! Ja, das ist neu, oder? Ja. Also weiter. Weiter, genau. Jetzt steht hoch ein. Warum steht der hier nicht mehr? Ich weiß nicht, aber da ist keine Anomalie-Stand. Ja. Vielleicht wird er da. Vier ist. Gut. Was ist hier? Das ist eine Figur hier zurück. Weiter. Lass mich in Ruhe, Figur. Ei, ei, ei. Okay. Es wird gruseliger mit der Zeit. Oh. Cool. Das ist echt cool. Oh, hörst du das, oder? Ja. Ich drehe doch krass. Ja, geil. Also nicht, das ist jetzt irgendwie. Hey. Hey, Dude. Hey. Ich glaube, wir kommen lebend hier raus. Ja, wieso nicht? Hier gibt's Bären. Ich weiß es nicht. Ich denke, da ist eine Schwester. Das war's, okay. Ich wünsche dir weiter. Das hat so eine kleine Meta-Story noch mit dem Typ und seiner Schwester, ne? Ja. Das ist cool. Die Schwester sitzt eigentlich weg, ne? Da sitzt die Schwester. In einem anderen Abteil ist die und schläft. Okay. Fehlt nicht mehr viel. Zwei schon. Alles cool, Dude? Der grinst. Grinst der die ganze Zeit schon so? Nein, nein. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich würde weiterlaufen. Okay. Das sieht gruselig aus. Ja. Das sieht gruselig aus. Okay, ja. Gut. Der grinst. Der hat voll noch nicht gegrinst. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Das sieht gruselig aus. Ja. Ohr und Wolken. Jetzt fliegen wir doch. Weiterlaufen auf jeden Fall. Wir fliegen. Komisch. Oh, wow. Ja, beeile ich mich mal. Wo kommt das jetzt auf einmal her? Über den Wolken. Gespenst jagt mich bald. Okay. Okay. Null. Dreh um, wenn es keine Anomalie gibt. Okay. Letzte Runde quasi. Wobei wir jetzt eigentlich nach vorne wollen. Wäre eine Anomalie schon ganz gut jetzt. Ja. Ist ja zurückgehalten. Shit, ja. Ja, ich sag schon. Okay. Dann. Auf gut Glück. Zurück. Wenn der Geist dich jetzt holt, habe ich nichts gesehen. Ja, nicht. Mir ist auch nichts aufgefallen. Spiegel auch nicht. Hm. Okay. Scheiße. Ja, zurück. Komm. Fuck. Ja. Und jetzt einfach durch, oder? Ja. 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 Tag. Kruselig. Okay. Äh, gab es irgendwas? Wann es man sich angucken kann? Nee. Hä? Hä? Junge? Ja, jetzt laufen wir. Ah! Ende eins? Oh! Naja. Naja. Hätte man jetzt bestimmt auch durch den Zug gehen können wieder zurück. Oder der Geist hätte einen holen können. Der Geist hätte einen holen können. Und vielleicht hätte man jetzt nochmal den Jungen finden können, nachdem er uns gebremst wird. Fortfahren? Green Car. Kannst du jetzt. Nachhalt des Zuges? Ja, mach, mach. Cool. Ah! Kann ich jetzt nochmal einen anderen Weg nehmen? Jetzt laufen wir den Dings zurück. Willi, schütten wir den Jungen jetzt nochmal? Ja. Oder du bist jetzt vom Geist gefressen. Schnell durch den dunklen Bereich. Aha. Aha! Guten Morgen! Na? Alternatives Ende, hm? Ja. So ist das alles. Ich bin so gut, ja. Ich bin so gut, ja. Ich bin der Beste, ja. Du siehst gruselig aus. Was stimmt nicht? Du hast einen Bruder gehabt. Ich bin so gut, ja. 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 Ich bin so gut, ja, ja. In den nächsten Tagen ist das auch so gut. Ich bin so gut. Du hast einen Bruder gehabt. Ich bin so gut. Naoki. Das ist ja richtig voll die lange Story, damit habe ich euch nicht gerechnet. Dann gehe ich jetzt hier lang und wir starten den Zug nochmal von der anderen Seite. Und wir gucken, ob wir irgendwo den kleinen Bruder von ihr finden. Wie krass das das Spiel noch... Oh Mann. Oh Mann. Das ist zu... Anderer. Nee. Okay. Oh Mann. Okay. Shit. Oh shit. Der Kleine ist ein Killer. Entweder... Oder er wurde in dem Zug getötet. Lauf einfach. Ich laufe. Rennen, Chef. Nee, ich drehe mich nicht um. Chef, rennst du schon? Ja, ich renne. Und ich werde mich nicht umdrehen. Doch. Nein. Lauf. Oh. Oh. Oh, die Scheiße. Scheiße. Ich habe dir gesagt, dreh dich nicht um und du machst es trotzdem. Das war nicht, weil ich mich umgedreht habe. Oh Gott. Oh Gott, was ist das? Schaut einfach weiter. Ich will aber wissen, was mich verfolgt. Ja, das ist dieser Geist. Wollte der mich nicht nur holen, wenn ich Fehler mache? Nee, es ist nicht. Wie kommt es dann auf? Gruß du dich, Gefällig. Ich würde es besser. Schneller. Oh, ich werde langsamer. Oh, ich werde langsamer. Oh, ich werde langsamer. Oh, ich werde langsamer. Oh, fuck. Starte, starte. Oh. Oh, verdammt. Okay. Oh, wir sind in einem Busch. Aber wollten wir nicht gleichzeitig drücken? Dann müssten wir doch in zwei verschiedene Richtungen fahren. Ich weiß nicht. Jetzt muss ich gerade wieder zurück, ne? Ja. Aber jetzt scheint es... Huch. Ich gucke mal raus, vorne. Oh, ein Bahnhof. Oh, okay. Halten wir jetzt, ne? Ha! Ich dachte, du wärst tot. Warum stehst du draußen? Wie hast du es rausgeschafft? Warum guckst du so? Ah, hier. Naoki. Warte, wie kommst du hier hin? Oh, neita. Okitanda, ne? Naoki. Warte, 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 warte. Sind die tot oder sind wir tot? Ich weiß nicht. Irgendwann ist doch tot. Hoch ist es immer noch nicht ver... Hä? Oh, ist es immer noch nicht ver... Oh, ist es immer noch nicht ver... Oh. Oh. Sie wurden überfahren. Wahrscheinlich. Und war jetzt echt so eine Geisterdimension, ne? Oh, traurige Realität. Oh. Wie traurig. Aber wir haben quasi die Geister zusammengeführt. Ja. Wir haben den Geistern aus der Zeitschleife rausgeholfen. Das war so unsere Aufgabe. Ja. Während wir selbst irgendwie so in einer Art Koma lagen. Weißt du, was mich Ende 2... Mich würde zuerst interessieren, wie viele Enden es insgesamt gibt. Ja. Und was passiert wäre, wenn du dir zu den Green Cars-Dings gelaufen wärst, ob er dir dann entgegengekommen wäre. Ending 1, Ending 2, mehr gibt's nicht. Okay, dann haben wir es, würde ich sagen. Ja. Cool. Wir sind durch. Cool. Sehr gut. Ja. Es werden bestimmt noch ein paar mehr Spiele dieser Art rauskommen, ne? Ja, denke ich schon. Machen wir auch Spaß. Ja. Machen wir auch Spaß. Machen wir auch Spaß.